Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israelische Sicherheitskräfte haben 15 Häuser im Siedlungsaußenposten Netif HaAvot südwestlich von Bethlehem geräumt. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses müssen die Gebäude abgerissen werden. Hintergrund sind Ansprüche, die Palästinenser auf das bebaute Land erheben. Grundsätzlich will die Regierung den Außenposten allerdings legalisieren. Tausende Polizisten waren bei der Räumung im Einsatz, um gewaltsame Proteste zu verhindern. Etwa 1000 israelische Jugendliche hatten sich zuvor zum Protest versammelt. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei. Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat dem israelischen Premierminister Netanyahu einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Europa versprochen. Der Politiker war am Samstag zu einem dreitägigen Besuch in Israel eingetroffen. Er ergänzte, sein Land wolle den Staat Israel und dessen Sicherheitsbedürfnis unterstützen. Der ÖFP-Politiker beschrieb die Beziehungen zwischen Israel und Österreich als äußerst gut. Netanyahu nannte Kurz einen wahren Freund Israels. Israel hat ein Programm gegen die wachsende Wasserknappheit im See Genezareth beschlossen. Nordisrael erlebt derzeit die schlimmste Dürre seit 100 Jahren. Deshalb wird ab dem kommenden Jahr erstmals entsalztes Wasser in den See gepumpt. Geplant ist, binnen vier Jahren ein jährliches Volumen von 100 Millionen Kubikmetern zu erreichen. Israels Premierminister Netanyahu hat in einer Videobotschaft angekündigt, israelische Wassertechnologie mit dem Iran zu teilen, trotz des israelfeindlichen Regimes in Teheran. Der Iran erlebt derzeit eine schwere Dürre. Mithilfe moderner Wassertechnologien habe Israel ähnliche Herausforderungen überwunden, betonte Netanyahu. Er kündigte an, wegen des Einreiseverbots für Israelis werde man eine Internetseite erstellen, auf der Iraner Prozesse zur Aufbereitung von Abwasser selbst nachlesen können. Bei den Erschließungsarbeiten für ein Neubaugebiet am See Genezareth haben Bauarbeiter zufällig eine etwa 2000 Jahre alte Grabkammer aus der Römerzeit entdeckt. Die Arbeiter hatten Fundamentlöcher gebohrt. Als sie diese mit Beton füllten, verschwand der Baustoff in den Löchern. Bei ihren Nachforschungen entdeckten sie die Grabkammer und darin ihren Beton. Die Eingangskammer sei bunt verputzt, teilten Archäologen mit. Hochwertige Steinarbeiten und aufwendige Dekorationen ließen darauf schließen, dass die Ruhestätte einer wohlhabenden Familie gehörte. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Wir freuen uns, wenn wir uns Zeit an, wenn wir uns Zeit haben. Untertitelung des ZDF, 2020